Hey, wie fühlst du dich? Ich fühle mich, ja, positiv aufgeregt und gleichzeitig ein bisschen traurig. Es sind gerade sehr verrückte Zeiten, deswegen jetzt nochmal hier so ein kleines Video, weil ich mich ja in meinem Vertrauens-Video-Reihe Teil 2 ja so aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt habe, Vertrauen ist eben auch, dass ich in meine Fähigkeit vertraue, dass ich jetzt weiß, dass es in ein paar Tagen für mich leicht sein wird, Frieden und Freiheit in meinem Herzen zu spüren und dieses Gefühl dann auf die Straße zu bringen und mit diesem Gefühl auf die Demonstration zu gehen. Und jetzt ist ja diese Demonstration erstmal vom Berliner Innensenat abgesagt worden, vom Innensenator abgesagt worden, also die ist jetzt erstmal verboten. Und dann habe ich ja da ein kleines Video darüber gemacht, über die Verrücktheit, dass man eben Menschen, die gegen die Regierung in Deutschland auf die Straße gehen wollen, dass man solche Demonstrationen verbieten kann und man aber gleichzeitig eben Demonstrationen ausgiebig lobt und befürwortet, in Belarus, muss man ja sagen, in Belarus befürwortet, wo eben Menschen gegen die Regierung demonstrieren, weil sie sagen, das ist keine Demokratie. Ja, und habe dann ja auch aufgerufen, dass man ja trotzdem auf die Straße gehen kann, nicht demonstrieren, aber eben spazieren mit dem Gefühl von Frieden und Freiheit. Und das war eben ja auch mein Motto, also mein Fazit. Okay, ich kann trotzdem auf die Straße gehen mit dem Gefühl, das ich am Samstag habe. Und dazu gibt es jetzt ein kleines Update und das gucken wir uns dann gleich nach dem Intro an. Intro ab. So, herzlich willkommen hier bei Hokus Pokus Fokus. Mein Name ist Michael Antoni, ich bin ein Heilpraktiker, der hier in Berlin schon seit vielen Jahren irgendwie sehr glücklich arbeitet und der glücklich ist. Und ja, ich bin ein Heilpraktiker. Manche haben eben nach dem letzten Video irgendwie gesagt, oh, ein Heilpraktiker, der Corona-Leugner ist, da kann man nicht in die Praxis gehen, haltet euch von dem Zombie fern. Ja, ich bin aber gar kein Corona-Leugner. Ich weiß gar nicht, wie man auf diese Idee kommen kann. In keinem einzigen Video hätte ich jemals irgendwie Corona geleugnet. Das ist für mich gar kein Thema. Und ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ich habe Corona selbst gehabt, ich habe Covid-19 gehabt, ganz am Anfang der ganzen Pandemie-Geschichte. hatte ich Covid-19. Also, ich leugne das überhaupt gar nicht. Aber ihr seht, ich bin pumperlgesund und mir geht es gut. Und ich habe mich jetzt auch nicht zum Zombie verwandelt. Ich habe mich auch nicht zum Rechtsradikalen verwandelt. Das ist auch kein Virus, das irgendwie Leute plötzlich zu Nazis macht oder so. Ich bin immer noch der Gleiche, der eben als oberstes Gut die Freiheit und die Entwicklung von Menschen hat, dass jeder Mensch sich so entwickeln kann und diesen Weg in seinem Leben gehen kann, wo er glaubt, dass der für ihn richtig ist. Das ist immer noch meine oberste Devise. Und das bedeutet aber auch, dass keiner von da oben irgendwie eingreifen darf und sagen kann, du musst den Weg gehen und den Weg gehen und den Weg gehen. Weder was die persönlichen Ziele im Leben angeht, noch was Gesundheit angeht. Ich bin für die Freiheit des Immunsystems. Ich habe ja gesagt, ich gehe am Samstag trotzdem auf die Straße mit Frieden und Freiheit im Herzen. Spazieren kann man ja und flanieren durch das hübsche Berlin. Und das kann einem ja auch keiner verbieten. Und dann hieß es gleich, oh, Aufruf zum Ungehorsam und so. Ja, ich weiß nicht, ob das Aufruf zum Ungehorsam ist, wenn man eben ein gutes Gefühl auf die Straße bringt. Und da muss ich nicht demonstrieren, um das zu machen, sondern das kann ich einfach nur, weil ich spazieren gehe. Für mich ist ein Zitat von Hannah Arendt in meinem Leben immer wichtig gewesen und auch immer noch wichtig, und zwar für alle meine Bereiche in der Praxis, als Lehrer in meiner Familie. Und das heißt, niemand hat das Recht auf Gehorsam. Und das will ich dazu nur entgegnen, da kann man ja mal drüber nachdenken. Und das empfinden ja die Menschen in Belarus auch. Und dann habe ich irgendwie die sehr bewegende, berührende Stellungnahme von unserem Kanzlersprecher gehört, vom Seifert. Und die ging ja so. Ich will noch einmal auch auf die Bilder, die extrem beeindruckenden Bilder des Wochenendes zurückkommen. Die Menschen in Belarus zeigen ja weiterhin sehr viel Mut. Und sie haben am Wochenende wieder in sehr großer Zahl ihren friedlichen Protest auf die Straße getragen. Sie müssen die Möglichkeit haben, die Geschicke ihres Landes mitzubestimmen. Und die Behörden sind aufgerufen, die Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu wahren. Und dann dachte ich, ja, das berührt mich auch. Und wäre es nicht irgendwie möglich, dass ich mich da mit denen solidarisch zeigen könnte, mit den Menschen in Belarus so? Weil das finde ich gut, dass die einfach für ihre Demokratie auf die Straße gehen. Obwohl Corona ist. Und dann dachte ich, vielleicht könnte man ja eine Demonstration für die eben anmelden. Weil ich habe gehört, angeblich gibt es irgendwie so 100 oder so Demonstrationen in Berlin am Wochenende. Und nur die paar von Querdenken sind ja verboten. Also scheint es ja so zu sein, dass es ja kein generelles Demonstrationsverbot gibt, sondern eben man demonstrieren darf. Nur eben die dürfen nicht demonstrieren. Dann habe ich mir nochmal angeguckt, was sagt denn der Herr Geisel da dazu? Und der sagt, Ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Ich erwarte eine klare Abgrenzung aller Demokratinnen und Demokraten gegenüber denjenigen, die unter dem Deckmantel der Versammlungs- und Meinungsfreiheit unser System verächtlich machen. Sagt ich, ja, okay. Also grundsätzlich fällt mir das ganz leicht. Also A, bin ich kein Corona-Leugner. Wie gesagt, ich habe Covid schon gehabt. Reichsbürger bin ich auch nicht. Ich finde die auch doof. Rechtsextremisten finde ich auch doof. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man sozusagen jemandem was erlauben kann oder nicht, ob er demonstriert. Das finde ich sehr zweifelhaft. Aber generell finde ich die auch doof. Und ja, ich grenze mich da sehr klar ab und bin für alle Demokratinnen und Demokraten. Und wenn jemand ein demokratisches System verächtlich machen möchte, finde ich das auch doof. Also deshalb betrifft mich das nicht. Da bin ich ganz seiner Meinung. Deswegen, glaube ich, darf ich eben dann demonstrieren. Und das habe ich dann eben auch gemacht. Ich habe gestern um 12 Uhr eine Demonstration angemeldet auf der Straße des 17. Junis. Und zwar demonstriere ich eben jetzt für die Gesundheit und Solidarität für Belarus. Und ja, deshalb darf ich jetzt sogar nicht nur spazieren gehen mit Friede und Freiheit in meinem Herzen, sondern ich darf auch demonstrieren und darf auch ein paar Handvoll Leute dazu einladen, zu meiner Demonstration zu kommen. Also alles im Lot, alles rechtens und gar nicht ungehorsam. Sondern ganz nach den Gesetzen des Staates gehandelt und auch ganz im Sinne der Demokratie. Und zwar im Sinne von Herrn Geisel und auch im Sinne von der Regierung. Ich finde es gut, dass man sich solidarisch zeigt mit Belarus. Das ist das, was ich hierzu noch sagen wollte. Also ihr dürft gerne irgendwie, wenn ihr wollt, da vorbeischauen. Dann habe ich gehört, dass da Kennedy angeblich in der Stadt ist. Also der Robert, der Neffe. Und möglicherweise kommt er auch auf meine Demonstration. Das wäre ja mal irgendwie ein Ding, so ein prominentes Gesicht da mit dabei zu haben. Aber vielleicht kommt er auch auf die Große. Weil da ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das wird ja jetzt gerichtlich geklärt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Entscheidung von Herrn Geisel wieder rückgängig gemacht wird, die ist relativ hoch. Wahrscheinlich findet die Großdemo statt. Und das Ganze wird so stattfinden, wie es geplant war. Und wenn dem nicht so sei, dann darf ich trotzdem demonstrieren, weil ich eine eigene Demonstration angemeldet habe. Und ich habe gehört, angeblich hätten 6.900 andere Menschen auch eine Demonstration angemeldet jetzt gestern. Also von daher wird trotzdem was los sein auf der Straße des 17. Junis. Und die Möglichkeit, dass wir uns dann da am Sonntag sehen werden, ist vielleicht gar nicht so groß, weil so viele Leute da sind und wir uns da vielleicht gar nicht dann irgendwie treffen. Soviel also dazu. Also fühlt euch eingeladen. Entweder spazierend oder eben zu meiner Demo hin marschierend oder möglicherweise, wenn die Demokratie noch funktioniert, zur großen Demonstration. Für alle Trolle, die da immer solche Kommentare hinterlassen, euch kann man ja nicht weiterhelfen. Ihr seid ja eigentlich nur irgendwelche Praktikanten, die auf irgendeinen YouTube-Algorithmus reagieren, und der ganz schnell eben euch die Videos hinzaubert, die ihr dann in Massenarbeit mit bestimmten Botschaften beglücken müsst. Ja, ihr weiß nicht, warum man sich so eine Arbeit aussucht, aber egal. Für alle, die tatsächlich das ernst meinen, dass ich ein Corona-Leugner wäre oder dass da lauter Nazis und so da rumspringen, für alle echten Menschen, die das sozusagen als echte Meinung haben, will ich nur sagen, ja, ich kann das verstehen, dass ihr diese Meinung habt, weil ihr dem glaubt, was die Medien eben permanent auf euch einhämmern, sage ich jetzt mal so. Die haben das eben in eine Schublade gesteckt und aus der Schublade kommt man nicht mehr raus. Aber ich habe einfach einen Appell, versucht doch einfach mal. Es gibt so viele, so viele Videos, die live berichten, was da los ist. Guckt euch doch einfach mal irgendeins davon irgendwie an. Es sind einfach Menschen wie ich, wie du vielleicht, ganz normale Menschen, die einfach Sorge haben, dass Demokratie hier den Bach runtergeht und die sich nicht vorschreiben lassen wollen, wie man mit der eigenen Gesundheit umzugehen hat. Das ist alles. Und also bitte habt keine Berührungsängste oder so. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, dass ihr das einfach so übernehmt, was andere sagen und euch keine Gedanken darüber macht und auch nicht in irgendeiner Form selbst mal irgendwie guckt, was ist denn da los, ist das so. Das ist verrückt. Und an alle, die wirklich Angst haben und sagen, hey, ihr könnt da nicht auf die Straße, ihr gefährdet irgendwie die Gesundheit, das Infektionsgeschehen wird explodieren und dann haben wir die Kacke, dann brennt wieder alles. Kann ich nur sagen, ich verstehe eure Ängste. Also ich verstehe diese Ängste und ich respektiere das auch. Und wenn ihr diese Ängste habt, bleibt natürlich zu Hause. Aber da könnt ihr auch anfangen, endlich mal irgendwie zu recherchieren. Weil außer in den Medien gibt es keine Belege dafür, dass das so gefährlich ist. Es gibt nicht mal das Robert-Koch-Institut hat Belege dafür, dass das so gefährlich ist. Es gibt keine Demonstration, bei der irgendein Infektionsgeschehen danach nach oben gegangen wäre. Weder die erste große in Stuttgart, das ist sozusagen vom Gesundheitsamt bestätigt, noch Black Lives Matters, noch die erste Acht, am 1.8. die Großdemo in Berlin. Nirgends ist irgendein Infektionsgeschehen damit irgendwie einhergegangen oder es hat sich irgendwie vermehrt oder so nichts. Und ich kann euch garantieren, wenn es da auch nur ein bisschen hätte gegeben, dann hätten das die Medien rauf und runter gebetet. Also das ist einfach nicht, es ist einfach nicht der Fall. Ich respektiere eure Angst, aber ich appelliere an euren Verstand, dass ihr eben einfach mal nachfragt oder nachrecherchiert. Es ist überhaupt nicht mehr so schwer. Ihr müsst einfach nur aufs RKI gehen und gucken. Und dann seht ihr, dass da gar kein Infektionsgeschehen vorhanden ist. Also ihr könntet euch da informieren, wenn ihr den wölbt, und dann könntet es was mit eurer Angst machen. Ich weiß auch natürlich, dass wenn man sehr dolle Angst hat, dann, damit will ich euch nicht beleidigen, sondern es ist einfach so, dann funktioniert es da oben im Gehirn nicht mehr richtig. Und deshalb ist es vielleicht schwer, dann Zusammenhänge herzustellen. Deswegen, ihr habt wirklich mein Mitgefühl. Und, aber, dann guckt euch einfach diese Demonstration irgendwie im Internet an. Das wird live übertragen. Live übertragen. Man kann sehen, was da live passiert. Man kann da vor Ort sein und gucken, welche Leute da sind, ohne dass man da hin muss. Macht doch das, einfach um zu sehen, ob das stimmt, was die ganze Zeit in den Medien behauptet wird. Jetzt war das jetzt nochmal, es war eigentlich gar nicht vorgesehen. Für alle, die Lust haben und für dieses Leichtfeld, sehen wir uns am Samstag. Entweder bei meiner oder auf der großen Fall, wenn es noch erlaubt wird. Und da bin ich ziemlich zuversichtlich. Also, bis dahin dann. Ciao, Servus.